Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Nadine. Letzte Woche habt ihr erfahren, wie es Vampiren in der Corona-Zeit erging und dass ein unbekannter, vermutlich sehr verzweifelter Vampir den sehr kranken Micha verwandelt hat. Micha hätte die Verwandlung eigentlich nicht überleben dürfen, doch er hat es dennoch getan. Und jetzt steht Chagall vor dem nächsten Problem, nämlich Micha möchte keine One-Night-Stands, um Menschen zu beißen. Wie gehen die beiden dieses Problem an? Das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß beim Hören. Ein Virus, ein Biss und ein Vertrag. Eine Geschichte von Viktoria Stahl. Erschienen in der Anthologie von Regenbögen und Sonnenkränzen. Zweiter Teil. Kapitel 5 Der Gedanke daran, jede Nacht fremde Finger auf Michas makelloser Haut zu wissen, brachte ihn beinahe um den Verstand. Doch Chagall durfte seine eigenen Bedürfnisse nicht über seine Aufgabe stellen. Der Bursche war pure Sünde, aber für ihn tabu. Gefühle waren hier fehl am Platz. Konzentrier dich auf das Ziel. Mahnte er sich selbst zum wiederholten Male und versuchte sich seinen neuen Plan, den jungen Burschen aus der Reserve zu locken, abermals als Geistesblitz zu verkaufen, während er die Tür zum Turmzimmer ohne anzuklopfen öffnete. Micha, hier ist Besuch für dich. Micha luckte neugierig aus seinem Chaos an Decken und Kissen hervor, das in dem Bett vorherrschte. Baut er sich ein Nest? Besuch? Ist Gabriel gekommen? Nein. Chagall presste seine Zähne aufeinander, um nicht loszubrüllen. Es war ihm schwer genug gefallen, über eine Agentur einen attraktiven Kerl auszusuchen, der für Michas Geschmack passend sein könnte. Aber dann auch noch Gabriels Namen so vorfreudig ausgesprochen zu hören, brachte ihn an seine Grenzen. Jemand, der dich kennenlernen möchte, murmelte er und öffnete die Tür vollständig, um den Typen hineinzulassen. Micha rappelte sich vom Bett hoch. Er war eine Augenweide, ein wahrgewordener, feuchter Traum aller Männer. Hi, ich bin Stefan, drängelte sich der Kerl an Chagall vorbei und stürmte auf den kleinen Micha zu. Wow, ich dachte schon, der Riese ist mein Kunde, aber jetzt, wo ich dich sehe. Wow, mir fehlen die Worte, ich kann's kaum erwarten. Quasselte das Futter auf zwei Beinen und rieb sich gierig die Hände. Michas Attraktivität blieb dem Menschen nicht verborgen, genau wie Chagall vermutet hatte. Dagegen verwirrte ihn Michas Verhalten auf so vielen Ebenen. Anstatt den geilen Bock anzuflirten, ging er einen Schritt zurück und starrte ihn irritiert an. Was wird das? Was glaubst du denn? Ich dachte, es wäre leichter für dich, nicht in einem lauten Club anzufangen. Gefalle ich dir denn nicht? Stefan klang ernsthaft traurig und ging dennoch ein paar Schritte auf Micha zu, während dieser nach Worten rang. Das nicht nur... Wenn ihn Micha nicht will, kann ich ihn dann haben? Flötete Leonardo aus dem Flur mit Unschuldsmine. Chagall verdrehte genervt die Augen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hab ihn für Micha gebucht, du Sexmonster aus der Hölle. Aber ich will ihn nicht, zischte Micha und verschränkte die Arme vor der schmalen Brust. Das zornige Rehkitz kam an die Oberfläche. Siehst du? Drang die beleidigte Stimme von Leo in das Turmzimmer. Aber warum denn nicht? Was stört dich denn an mir? Stefan traf die Abfuhr von Micha Härter, als Chagall gedacht hatte. Dessen Ausstrahlung wirkte auf Tops, wie ein Liebeszauber, so wie es schien. Werf den Riesen raus und zeig mir deine Vorzüge, wenn du verstehst. Der Prachtbursche wackelte mit den Augenbrauen und legte ein verführerisches Schnurren in seine Stimme. Er stellte sich nahe zu Micha. Er schnappte nach seiner Hand und drückte sie in seinen Schritt. Schau, wie geil du mich machst, kleines Bambi. Micha sah leider weniger geil aus, sondern eher so, als hätte ihn jemand gezwungen, eine Vogelspinne zu streicheln. Chagall stieß genervt die Luft aus. Leonardo, er gehört dir. Schnell, hol ihn dir, bevor ich es mir noch anders überlege. Gleich darauf ertönte ein Yippie-Yay, als Leo auch schon an ihm vorbeisauste. sich Stephans Hand schnappte und ihn so schnell aus dem Zimmer buxierte, dass der Mensch einfach bedröppelt mitstolperte. Ich hoffe, du hast nicht zu viel versprochen, Schnucki, hörten sie Leo noch raunen, bevor er die Tür schloss. Schagall wandte sich dem trotzigen Vampir-Baby zu. Was ist dein Problem? Ich will das nicht tun. Du tust gerade so, als müsstest du Würmer essen. Ist Sex aus der Mode gekommen? Habe ich was verpasst? Micha wischte sich schnell eine Träne von der Wange und presste seine vollen Lippen so aufeinander, dass kein Ton entweichen konnte. Als Schagall das sah, wusste er, dass Michas Reaktion keinesfalls aus Gehässigkeit oder Trotz entstanden war, wie zuerst vermutet. Er atmete noch einmal tief durch, um Micha nicht zu erwürgen und setzte sich ans Fußende des Bettes. Er klopfte auf die Stelle neben sich. Ein stummer Befehl. Micha setzte sich in Bewegung und nahm mit etwas Abstand neben Schagall Platz. Seine Augen waren feucht. Er hielt den Kopf gesenkt, sodass die vielen Locken sein Gesicht verdeckten. Schagall reckte den Arm zu ihm hinüber und strich über den schmalen Rücken. Schreien und Fluchen brachten ihn nicht weiter. Ich habe vielleicht übertrieben bei unserem gestrigen Gespräch. Du musst kein Sexluder werden. Oft genügt es auch, die Typen anzuflirten, ein bisschen zu fummeln. Aber gerade, wenn man noch ungeübt ist, ist es leichter, sie beim Sex zu beißen. Schagall schielte zur Seite und hoffte, durch die Locken Michas Gesicht zu erkennen. Sag mir, weswegen du dich sträubst. Du hast doch gesehen, wie das Futter auf dich abgefahren ist. Zu seinem Missfallen zog Micha aber den Kopf weiter ein und zuckte mit den Schultern. Meine paar Erfahrungen bezüglich Sex war nicht gerade positiv. Piepste Micha so leise, wie eine Maus es durch ein Mauseloch getan hätte. Schagalls Gehör war jedoch gut genug. Er biss sich auf die Zunge, um nicht laut zu keuchen. Auf welche Probe werde ich hier gestellt? Rede weiter. Was ist passiert? Schagall versuchte, Ruhe auszustrahlen. Er brauchte mehr Informationen von Micha. Um alle, die diese süße, zerbrechliche Engelsgestalt verletzt hatten, aufzuspüren. Zu überwältigen und bei lebendigem Leib zu häuten. Micha brauchte einen Moment, um sich zu sammeln. Er fuhr sich unsicher über den Nacken, den Schagall so gern geküsst hätte. Als Mensch, da hatte ich erst einen Freund. Richtigen Sex hatten wir nicht. Da wurde ich immer wieder krank, bis er sich schließlich von mir getrennt hat. Nur weil du krank warst? Nicht nur. Vor allem wegen Randy, dieser blöden Schlampe. Der Typ hat alles angegraben und gebumst, was nicht bei drei auf dem Baum war. So was aus Michas Mund zu hören, klang liebenswert. Seine Unterlippe war schmollend vorgeschoben und stellte Schagall vor, die Probe, ihn nicht in die Lippe zu beißen und daran zu zerren wie ein liebeshungriger Irrer. Kaum lag ich eine Woche wieder mal krank im Bett, hat er die Chance genutzt. Und hat er damit auch Erfolg. Kann man nur hoffen, dass er deinem Ex-Freund Sackläuse verpasst hat. Micha entfleuchte eine Mischung aus Schluchzen und Lachen, während Schagall langsam die Tatsache ins Gehirn sickerte. Dass dieser süße Lockenkopf tatsächlich noch unberührt war. Oder? Also hast du bis jetzt nur Hand- und Blowjobs genossen? Verstehe ich das richtig? Er stellte sich diese sündigen, vollen Lippen um seinen Schwanz vor und musste ein Neandertaler grunzen unterdrücken. Als Micha erneut mit den Schultern zuckte, wusste Schagall, dass da noch etwas anderes war. Etwas, das unangenehmer war als eine Geschichte über einen untreuen Ex-Freund. Bei Gabriel, da... Ich wusste es! Knurrte Schagall wütend. Micha sah erschrocken zu ihm auf. Gabriel hat dich in deinem Zustand gefickt! Ich werde den Köter umbringen. Nein! Nun war Schagall verwirrt. Was nun? Hat er oder hat er nicht an der Lage ausgenutzt? Gabriel würde mir nie wehtun. Micha hatte sich aufrecht hingesetzt und wagte es, Schagall in die Augen zu sehen. Auch wenn es ihm sichtlich schwer fiel. Es geht gar nicht um ihn. Er war immer nett zu mir, obwohl ich mich kaum an Details erinnern kann. So muss ich ein Drogenjunkie im Delirium fühlen. Aber bei Gabriel war mein Gefühl immer gut. Schagall schluckte seinen Groll gegenüber dem Werwolf herunter und versuchte, seine Hände zu lockern, die er bereits zu eindrucksvollen Fäusten geballt hatte. Wer war es dann, dass dir beim Gedanken an Sex übel wird? Michas Wangen wurden feuerrot, was nur daran lag, dass er noch immer satt und sein Körper reichlich mit Blut versorgt war. So genau kann ich das nicht beantworten, flüsterte er und rieb sich über seine Oberarme, als wäre ihm kalt. Ich habe keine klaren Szenen im Kopf, nur verwaschene Bilder und Stimmen. Ich weiß nur, dass es sich nicht gut angefühlt hat und sich mein Körper schmerzvoll zusammenzieht, wenn ich bloß daran denke. Das half Schagall in keiner Weise weiter. Er musste sich damit abfinden, dass seine Freiheit in unendlich Weite rückte. Aber auch die Tatsache, dass es für Micha keine leichte Lösung geben würde, machte ihm Sorgen. Der Lockenkopf war aufgestanden und trat so nah vor Schagall, dass dieser hochsehen musste. Er spielte mit seinen langen, schlanken Fingern und rang offenbar nach Worten. Was kommt denn jetzt noch? Bitte keine weiteren Überraschungen mehr. Gibt es keine andere Lösung für das Problem? Schagall zog verwirrt seine Augenbrauen zusammen. Was meinst du? Naja, alles in mir sträubt sich, mit irgendwelchen fremden Typen zu schlafen. Was wäre, wenn ich mit jemandem üben könnte, den ich kenne? Schagall presste seine Lippen fest aufeinander, während sein Herz gegen seinen Brustkorb hämmerte. Halt die Klappe und lass den Burschen weitersprechen, mahnte er sich innerlich. Jemanden, der, naja, etwas Verständnis zeigt. Michas Finger waren so ineinander verhakt, dass man sie ihm wahrscheinlich brechen müsste, um sie wieder zu entknoten. Hast du jemanden Bestimmtes im Kopf? Presste Schagall angestrengt hervor und musste sich zwingen, den Burschen nicht an sich zu reißen. Micha zuckte mit den Schultern. Nach einer langen Denkpause nickte er dann. Ja, aber ich weiß nicht, ob mich dieser jemand auslacht, wenn ich ihm den Vorschlag unterbreite. Niemand wird zu dir Nein sagen. Glaubst du? Schagall nickte. Auch nicht du? Schagall musterte mich ja genau. Er schien die Luft anzuhalten und wartete ab, ob er nicht lieber in diesem Moment zur Staub zerfallen sollte. Schon lange hatte er keinen mehr vor sich gehabt, der ihn so faszinierte und reizte wie dieses Kerlchen. Ich würde niemals zu einem Engel wie dir Nein sagen. Schagall gab sich einen Ruck und zog Micha zwischen seine Beine. Seine Hände hatte er um die schmalen Hüften gelegt und sahen die riesigen Rehaugen. Erleichtert und eine gewisse Vorfreude ausstrahlend glänzten die Bambi-Augen. Und Schagall lockerte seine Zurückhaltung. Komm her. Ich werde es dir gut machen. Raunte er dunkel und zog den jungen Vampir auf seinen heißen Schoß. Michael entknotete endlich seine langen Finger und legte sie um Schagalls Nacken. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, strich dieser durch die schönen Locken, vergrub seine Hände darin und steuerte ihn in seine Richtung. Ihre Lippen trafen sich wie Feuer und Eis. Es löste eine Welle an Emotionen und Lust aus, die Schagall nie für möglich gehalten hätte. Michas Stöhnen brachte ihn dazu, den Kuss noch mehr zu vertiefen, um ihn mit seiner Zunge völlig um den Verstand zu bringen. Schagall gab den Ton an und Micha fügte sich perfekt in seine Rolle. Er saß auf seinem Schoß, so als würde er da schon immer hingehören. Der zarte Körper fühlte sich so gut an, so zerbrechlich. Schagalls Gefühl von Macht, Verantwortung und Kraft wuchs zur doppelten Größe. Ebenso wie seine prachtvolle, sehr verantwortungsbewusste Latte, die ihn dazu brachte, Micha noch näher an sich zu ziehen, sodass kein Blatt mehr zwischen sie passte. Mit nur einem Ruck zog er Micha das Shirt über den Kopf, entledigte sich auch seines eigenen Oberteils und warf es auf den Boden. Sofort umschlang er Michas Körper mit seinen starken Armen, als würde dieser sonst aufstehen und davonlaufen. Er liebte die seidenweiche Haut und küßte sich Michas Schlüsselbein entlang auf seine Schulter. Bei dieser intensiven Behandlung ging ein Ruck durch den zarten Körper. Gefällt dir das? Micha stöhnte ein lustvolles Ja und legte seinen Kopf in den Nacken, um Schagalls Zunge ungehindert weitermachen zu lassen. Diese wanderte auf die andere Seite und konnte es nicht lassen, über die Narbe zu lecken, dort, wo ein fremder Vampir sein Schicksal besiegelt hatte. Micha klammerte sich an Schagalls Schultern fest und zitterte am ganzen Leib. Das ist erst der Anfang, mein kleiner Engel. Schagall drehte sich zusammen mit Micha um. Er drückte ihn in die Decken und genoss es, wie sich der viel kleinere Körper unter ihm anfühlte. Er konnte es kaum erwarten, sich in seinen kleinen Arsch zu schieben. Alles okay bei dir? Fragte er zwischen den unzähligen Küssen, die er auf Michas Haut hinterließ. Ja, es ist ganz anders. Schagall leckte sich weiter gen Süden und tauchte seine Zungenspitze in den kleinen Bauchnabel, bis er Michas Keuchen hörte. Nur anders? neckte er den unerfahrenen Jungen, erwischte einen seiner winzigen Nippel und zwickte diesen leicht. »Oh, fuck!« Micha keuchte. Seine langen Wimpern bildeten lange Schatten unter seinen Augen. »So gut!« Das wollte Schagall hören. Er zog sich selbst und dem Burschen die Hosen aus und legte sich wieder auf ihn. Sie küssten sich, bis ihre Münder geschwollen waren. Micha lag völlig entspannt unter ihm und ließ sich alles gefallen, was Schagall mit ihm anstellte. Ihre beiden Schwänze waren hart und prall und rieben zwischen ihren Bäuchen aneinander. Doch dann stoppte Schagall seine Bewegungen. Er hatte noch anderes mit dem jungen Burschen vor. Rutschte tiefer und spreizte mit dem verheißungsvollen Lächeln, dessen schlanke Beine auseinander. »Du bist perfekt,« knurrte er animalisch, leckte ihm an den Eiern entlang, die eng am Körper angezogen waren, weiter zu einem wirklich süßen Loch. Es sah so unschuldig aus, war leicht rosa und unglaublich weich, als er mit der Zunge darüber fuhr. Beinahe glaubte er, das Aroma von rosa Zuckerwatte zu schmecken. Michas Schenkel zitterten, als er seine Zunge in ihn steckte, um diesem ganz intensiven Duft und Geschmack weiter auf den Grund zu gehen. Micha stöhnte und nuschelte Unverständliches, während ihn Schagall weiter vorbereitete und sich dem Rimming voll hingab. Doch auch ein so starker Mann wie Schagall kam an seine Grenzen und löste sich deshalb von dem kleinen Vampir. »Dreh dich um!« Schagalls Knurren machte Micha keine Angst, denn er legte sich brav auf den Bauch und sah erwartungsvoll über seine Schulter. Schagall konnte es nicht lassen, zumindest einmal auf diesen kleinen Prachtarsch zu schlagen. Das Geräusch, als seine große Hand die kleine Backe traf, war Musik in seinen fein justierten Ohren. »Geht's dir gut, Junge?« Micha schnalzte mit der Zunge und murrte mehr peinlich berührt als ängstlich. »Mir geht's gut.« »Es ist mir nur ein Rätsel, dass du plötzlich so willig bist und kein Funken Angst oder Abscheu in deinen lustverhangenen Augen zu sehen ist.« Schagall war beinahe stolz, so einen langen Satz ausgesprochen zu haben, obwohl sein gesamtes Blut in seiner Mitte darauf wartete, endlich seinen Zweck zu erfüllen. »Ich bin, seit ich wieder klar denken kann, in dich verknallt.« »Dieses Geständnis kam doch sehr unerwartet, Fischergeil.« »Ach?« Er schmunzelte bei Michas ehrlichen Worten und massierte dabei sanft seine Backen. »Das finde ich gut, denn du bist pure Sünde für meine schwarze Seele.« »Denkst... denkst du ähnlich?« »Kleiner, ich wollte dich schon vögeln, als du noch in Gabriels Armen Schutz gesucht hast vor meinem bösen Blick.« Micha kicherte und entspannte sich unter Schagalls Massage. Ein schlüpfriger Finger fand den Weg zu seinem Loch und massierte es, während er Küsse auf Michas Rückgrat verteilte. Schagall musste sich zurückhalten, seinen steinharten Kolben nicht sofort in ihn zu stoßen. Er packte seinen Schaft und drückte fest zu, um sich zu konzentrieren. Als er mit seinem Schwanz die Rosette traf, entkam dem Lockenkopf ein Keuchen. Der Vampirlord stupste immer wieder von Neuem, bis er schließlich den Widerstand durchbrach und der sündige Körper ihn endlich empfing. »Atme nicht vergessen«, raunte Schagall, als er sich tiefer in ihn schob und sich auf ihn legte. Micha blies die angestaute Luft aus. Schagall küßte die Gänsehaut in seinem schutzlosen Nacken weg und stieß vorsichtig zu. »Ach!« »Sch!« »Es wird gleich besser.« Schagall zwang sich zu warten, bis sich der Junge wieder etwas entspannte. »Du fühlst dich unglaublich an. Ich kann kaum glauben, was wir hier gerade tun.« Langsam lockerte sich Micha wieder. Der erste Schmerz hatte nachgelassen und Schagall stieß lebhafter und stetiger zu. Er achtete genau auf Micha und versuchte, nicht zu ungestimmt zu werden. Die Hoffnung, dass das nicht das letzte Mal sein würde, dass er Micha fickte, ließ ihn zuversichtlich sein und sich etwas beherrschen. Vorausgesetzt, Micha gefiel es ebenso sehr. Bei seinem nächsten gezielten Stoß veränderte er etwas den Winkel. Micha schnappte angestrengt nach Luft. Schagall liebte das Spiel mit der Prostata. »Beim nächsten Mal werde ich dich stundenlang nur mit meinem Finger maltretieren, bis du in hohem Bogen deinen Saft verteilst, ohne dich auch nur einmal berührt zu haben.« Raunte er, als er sich immer tiefer in ihn trieb. Schneller als gedacht überwältigte ihn sein Orgasmus. Er biss in den Hals vor sich, während er sich so tief in den Burschen versenkte, dass dieser winselte wie ein süßer Hund. Micha buckelte sich unter ihm auf. Anscheinend war nicht nur Schagall unerwartet gekommen. Er ließ von seinem Hals ab, leckte über seine kleinen Wunden und verschloss sie, ehe er sich aus Micha zurückzog und ihn auf den Rücken drehte. Die Laken trugen Spuren von dessen Lust. Schagall liebte den Duft und leckte die letzten Tropfen von Michas Spitze ab. Einfach fantastisch. Schagalls Erektion war kaum abgeklungen. Da verhärtete sie sich schon wieder. »Hat es dir gefallen?« Der Lockenkopf nickte bloß. Er kämpfte noch mit seinem schweren Atem und war von seinem Orgasmus offenbar überwältigt, was Schagall ein sehr zufriedenes Grinsen entlockte. »So ein junger Bursche hält eine zweite Runde aus, stimmt's?« Er strich ihm über die Innenseiten der zarten Schenkel, während er genau die Reaktion in Michas Gesicht studierte. Dieser sah etwas verwundert aus, aber eher vor Freude. »Immerhin müssen wir dir noch das Beißen beibringen,« neckte er den Jungen und wackelte mit seinen Augenbrauen. »Stimmt, das habe ich glatt vergessen.« Micha lachte und Schagall wurde bei dem Anblick ganz warm ums Herz. Schagall streichelte ihn weiter, verwöhnte Michas Eier und den Schwanz, der nun auch wieder zum Leben erwachte. »Als Top kann man den anderen in jeder Stellung beißen.« »Du, als süßer Bottom, wirst die großen Kerle anlocken wie ein Honigtopf hungrige Beeren. Die Missionarstellung ist gut, oder auch, wenn du die Tops reitest. Wenn du mehr Übungen hast, kannst du es mit anderen Stellungen versuchen und sie am Handgelenk beißen. Zeig's mir bitte.« »So einem süßen Mund kann ich doch nichts abschlagen.« Schagall platzierte sich zwischen Michas Schenkeln. Diesmal war es etwas leichter, in den Jungen einzudringen. Schagalls Sperma diente als Gleitmittel und ließ es zu, dass er sich mit nur einem Ruck in ihm vergrub. Micha verzog leicht schmerzlich das Gesicht, als er bis zum Anschlag in ihm steckte. Schagall legte sich auf ihn und umschlang den zarten Körper, indem er sich jetzt rhythmisch bewegte und stöhnte bei dem geilen Gefühl. »So gut.« »Wann, auf, wann soll ich es tun?« fragte Micha und verdrehte die Augen, als Schagall abermals tief in ihn eindrang. »Du spürst es, wenn der beste Moment kommt.« Unzählige und wundervolle Stöße später spürte Schagall, wie sich Micha an seinen Hals schmiegte. Er liebte die weiche Haut seiner Wange und die warme Zunge, die ihn liebkoste und für einige Schauer sorgte. Er stieß fest dazu. Gleich war er soweit. Dann spürte er etwas an seinem Hals. Schagall wusste, dass der kleine Twink ein Naturtalent war. Der schneidende Biss kam trotz seines Wissens überraschend und brachte sein Rückgrat zum Kribbeln. Seine Eier zogen sich zusammen und er stieß sich immer fester in den wundervollen Körper des verführerischen Engels. Er kam und schrie seine Lust heraus, während Micha noch immer an seinem Hals beschäftigt war. Schagall schloss die Augen und brach auf dem zarten Körper zusammen. Ja, er war ein Naturtalent. Sie würden beide ihre Freiheit erlangen. Dessen war sich der stattliche Vampir sicher. Als er in die großen Bambi-Augen blickte, hoffte Schagall inständig, diese Freiheit gemeinsam zu verbringen, sobald er sein letztes Pflichtjahr erfüllt hatte. Kapitel 6 Ein Jahr war es nun her, dass Schagall den süßen Baby-Vampir mit den Bambi-Augen Gabriel ausgehändigt hatte. Sein Vertrag wurde gültig und neun von zehn Jahren und der Forschungsarbeit wurden ihm erlassen. Er hätte froh darüber sein sollen. Doch die zarte Liebe, die sich zwischen ihnen entwickelt hatte und ihre anschließende Trennung dämpfte seine Freude. Und das war noch harmlos ausgedrückt. Der Liebeskummer hatte ihn beinahe zerfressen. Hinter den dicken Mauern des Jagdschlosses war Micha wie ein Schiff in den Tiefen des Bermuda-Dreiecks verschwunden. Schagall war seit ein paar Tagen ein freier Vampir. Doch was nützte ihm diese Freiheit, wenn er nicht bei Micha sein durfte? Gabriel blockte Schagalls gefühlt tausende Anrufe ab, schickte ihm immer nur Textnachrichten, dass Micha nichts mit ihm zu tun haben wollte. Etwas war da faul. Sein Vampir Bambi hatte auch nie angefangen in Serdas Betrieb zu arbeiten, doch das Wolfsgebiet uneingeladen zu betreten. Glichfischer galt einem Todesurteil und könnte den Waffenstillstand aufheben, der aktuell zwischen Vampiren und Wehrwölfen herrschte. Ich hätte Micha niemals zu Gabriel zurückbringen sollen. Gerade war er dabei, sich tief in den Hintern eines mehr als willigen Typen zu stoßen. Und trotzdem konnte er nur an seinen kalten Engel mit den Bambi-Augen denken. Dieser Kerl hier war bloß ein kleiner Mitternachtsnack. Schon lange machte ihm das Gefögel kein Spaß mehr. Der Dark Room in einer zwielichtigen Bar war in der Nähe des Wolfsterritoriums. Die Leute feierten wie die Wahnsinnigen unter dem Motto endlich Corona-frei und waren willig und euphorisch. Ohne diesen Virus hätte er Micha nie kennengelernt. Vermutlich wäre der Lockenkopf jämmerlich am Blutkrebs verreckt. Er könnte schwören, seinen Duft in der Nase zu haben. Doch das war unmöglich. Als er etwas von dem sich vor Lust windenden Kerl getrunken und ihn durchgenommen hatte, lächelte sein Snack geradezu dankbar und zog sich die Hose wieder nach oben. Rund um sie wurde wild gefögelt, gestöhnt und Klatschgeräusche mischten sich in der Luft mit dem Duft von Schweiß und Sperma. Und irgendwie etwas Rauchigem. Als hätte jemand ein Lagerfeuer direkt neben ihm entfacht. Der Blutbeutel auf zwei Beinen strich sich über den kräftigen Oberarm und forderte seine Aufmerksamkeit, anstatt die Fliege zu machen. Das war echt der Hammer. Endlich mal ein richtiger Kerl, der weiß sein Ding auch einzusetzen. Danke für die Blumen und jetzt geh mir aus den Augen, du Wicht. Anscheinend war das Glück nicht auf Chagalls Seite, denn das Futter redete einfach weiter. Willst du mit mir zum Schloss fahren? Ich kenne eine Stelle im Wald, von dort hat man bestimmt einen tollen Blick auf die Überreste. Warte mal. Chagall fixierte in der Dunkelheit den sprechenden Snack und versuchte aus dem Gequassel schlau zu werden. Überreste? Ja, das Schloss hat heute in den frühen Abendstunden lichterloh gebrannt. Der Dachstuhl soll fast vollständig zerstört sein und die Feuerwehr hat mehrere Stunden gebraucht, bis sie den Brand löschen konnten. Irgendwie ist alles total mysteriös. Es wurde eine Leiche gefunden. Es handelt sich anscheinend um den Schlossherrn und... Alpha Gabriel, der Köter ist tot? Der soll aber angeblich gar nicht bei dem Brand gestorben sein. Die Polizei hat ihn wohl in einem Schuppen im Garten gefunden, halb verwest. Die denken, er ist vielleicht schon über ein Jahr tot. Das kann doch nicht sein. Die vielen E-Mails und Textnachrichten. Und im Keller soll ein Eisenkäfig stehen und angeblich soll dort ein Typ gelegen haben, dem die halbe Kehle herausgerissen wurde. Das sagt jedenfalls einer auf Twitter. So wie das klang, muss der ungefähr dein Format gehabt haben. Ein großer, stämmiger Bursche. Das konnte noch Philipp der Speichellecker sein. Ist das nicht total gruselig? Die Geschichte des Jahrhunderts. Im Dorf wird gerade von nichts anderem gesprochen. Ich wollte ja schon vor einer Stunde hinfahren und es mit eigenen Augen ansehen. Doch dann habe ich dich gesehen und naja, konnte nicht Nein sagen. Also, willst du? Verschwinde! Bältischer Geil vielleicht etwas zuschroff dem McFick ins Gesicht, bekam aber dann gar nicht mehr mit, wie dieser bedröppelt davon marschierte. Er blieb zurück in der Dunkelheit, zwischen all den stöhnenden Burschen und wusste kaum wohin mit seinen Gedanken. Ein stämmiger Kerl vernaschte gerade einen süßen Twink, nur einige Meter von ihm entfernt. Sie verausgabten sich auf Teufel komm raus, während sich ein furchtbares Szenario vor seinem inneren Auge aufbaute. Wie hatte er es zulassen können, Micha dort in diesem Albtraumschloss abzugeben, wie einen Hund in einer Tierpension? Lebte er überhaupt noch? Hatte dieser Schleimbolzen Philipp Gabriel getötet? Und vielleicht auch Micha? Oder vielleicht wurde er in dem Käfig festgehalten? Und Chagall hatte diesen Ungeheuern Micha nahezu freiwillig ausgehändigt, nur um seine Zeit in der Forschung deutlich abzuspecken. Wie aus weiter Ferne hörte er, wie der große Kerl laut aufstöhnte, fast als wäre er bei einem Pornodreh. Er schien sein Ende zu erreichen und musste sich abstützen. Sonst wäre er wohl umgekippt. Er rang schwer nach Atem und lobte den Burschen, den er gerade hemmungslos durchgefögelt hatte. Chagall wandte sich von ihnen ab. Er wusste nicht, warum er sie überhaupt wahrgenommen hatte. Immerhin musste er so schnell wie möglich herausfinden, was sich in dem Schloss wirklich zugetragen hatte. Gab es noch eine Rettung? Eine Chance für den süßen Baby-Vampir? Er durfte keine Zeit verlieren. Der stramme Kerl ließ in diesem Moment endgültig von dem Twink ab. Chagall erhaschte die schmale Statur und die süßen Locken rund um sein Gesicht. Große, leuchtende Bambi-Augen stoppten ihn abrupt in seiner Bewegung. Die goldenen Sprenkel so intensiv nach seiner Nahrungsaufnahme konnten nur dem einen gehören. Aber Chagall blinzelte mehrmals. Auch in der Dunkelheit, die hier herrschte, sah er die zwei blutigen Eckzähne, als süß anlächelte und sich mit dem Handrücken im nächsten Moment über den blutverschmierten Mund wischte. Der Geruch von Rauch kam aus seiner Richtung und plötzlich fügte sich alles zusammen. So findet der Honigtopf zum Bären zurück, flüsterte Micha und ließ sich in Chagalls Arme ziehen. So ihr Lieben, das war ein Virus, ein Biss und ein Vertrag von Viktoria Stahl. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Geschichten in diesem Stil lesen wollt, solltet ihr euch unbedingt die Anthologie von Regenbögen und Sonnengrenzen kaufen. Denn aus diesem Buch stammt auch diese Geschichte. Also viel Spaß beim lesen. Wir danken euch fürs Hören und hoffen, wir konnten euch betören. Hat euch gefallen die Geschichte? Vergesst den Daumen nach oben nicht. Auch ein Kommentar wird uns freuen. Ihr würdet es sicher nicht bereuen. Abo und Glocke seid unser Gast, damit ihr keine Geschichte mehr verpasst.